Da kann ich nicht rein, das haben wir ja eben schon gesehen. Na, was haben wir hier? Noch ein Zimmer. Wenn hier schon Munition liegt, da wird ja wohl irgendwo eine Waffe liegen. Das ist was. Essen. Und, wie geht es aus? Ah, eine Trinkflasche. Sehr gut. Mal raus hier. Fangen wir mal in die Schuppen hier rein. Na, boah, Zange ist klar. Mach ruhig nicht. Hey. Geh ruhig wieder auf. Okay. Da kann ich rein. Ach nein, da gehe ich wieder raus. Ah, ist ja klar. So, wo war ich jetzt? Da. Da. Dann Munition gehe ich mal hier rein. Geh dann da so rein. Aber da ist schon die Tür offen. Vielleicht bin ich ja nicht allein. Hier ist auch mal gar nichts. Mal schauen. Wo ich eine Friendly schreibe. Mit einer Achselmrücke. Okay. Hier ist nichts. Komische Gaslampe. Da ist irgendwas. Was ist das? Ach, Saline. Da habe ich ja schon von gehört. Das kann ich wohl als Blood Pack benutzen. Anstelle von Blut. Natürlich auch nicht schlecht. Oh. Ach, das ist. Ja. Ist wieder so ein Restaurant gegeben. Da ist. Und wo ist ein Hemd. Okay. Ja. Bin ich direkt vom Geritt und das Boot gekommen? Oder? Ja. Hab ich da was gesehen? Anscheinend nicht. Tatsache. Was war ich da? Ich. Da war ich glaube ich auch. Oh Gott. Ich verliere immer schnell die Orientierung. Aber da ist die Scheune. Könnte vielleicht irgendwas sein. Eine Waffe oder so. Oh. Meine Fresse, ey. Oh. 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 Die springen ja. Blute ich oder hat er geblutet? Okay. Okay. Ja. Das war heftig. Jetzt haben die eine Mod glaube ich nicht gemacht. So gesprochen. Na gut. Da sind ja sowieso so komisch rumgeflattert. So. Die Waffe wäre nicht schlecht. Oh. Ach. 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 Schau, wer ist mal da hinten? Da drinne. Da fisch nichts. 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 Na komm, ich geh weiter. Bessen, ich hab trinken. Das ist eine schöne Waffe, wenn ich nicht. Weg. Da fisch nichts. Da fisch nichts. Da fisch nichts. Da fisch nichts. Springen. Da fisch nichts. 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 Nicht fehlen im Lebenskampf. Gute Sonnenbrille. Hier ist nichts. Da fisch nichts. Okay, geht wieder raus. So, schieß drauf. Nächste Hütte. Ich glaube hier haben sie ein Glück. Da fisch nichts. Da fisch nichts. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Tuna. Fisch. Ah, ich muss bis jetzt gar nichts essen, oder? Ah, okay. Apfel und die Ohren will ich essen. Trunk die haben wir auch. So einen komischen Tümpel da. Ob es wohl Häuser gibt, wo es grundsätzlich gar nichts gibt. Erstmal eine Schäden. Das ist ja eigentlich eine größere Stadt für. Das würde ich einfach mal behaupten. Vielleicht kann ich ja einfach den Schäden daher und komme hinein. Oh. Alles voller Blut. Und eine große Stadt. Und kann dann vielleicht von Stadt zu stecken. Da bin ich einfach nur den Schäden voll. Was? Könnte ich nicht lösen. Nein. Gott. Ihr schreckt mir eine Malle. Hier bist du. Komm, komm. Ja, komm wir jetzt alle rein. Ja, komm, hau. Geh jetzt nicht. Zack. Geh jetzt weg. Wollen wir mal den Schäden zum nächsten Bahnhof. Da. 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 Da ist ja ein Turm oder sowas. Ich glaube da geht mein Sinn. Oh. Da ist ja ein großes Gefahr. Oh Gott. Wie soll ich denn hier sehen? Oh, was ist das? Jetzt könnte ich das Spiel abschmieren. Oh Gott. Wie soll ich denn hier sehen? Oh, was ist das? Jetzt könnte ich das Spiel abschmieren. Was? Also sonst sagt da irgendwie. Keine Antwort vom Server oder sowas. Zack. Weil das Spiel weg. Komm schon. Einfach weiter. Das riesige Gebäude. Ist das eine große Stadt? Oh Gott. Jetzt müssen wir zwei Städte abklappern. Vielleicht ist das auch alles eine. Kann ich hier durchlochen? Nein. Ja, das ist die Schiene verloren. Ich guck mal wo es da drin ist. Das scheint eine Baustelle zu sein. Da ist ja auch gar nichts. Hunger und Durst hab ich auch nicht. Tritt, ne. Tritt, ne. Tritt mich an. Das ist besser. Ich guck mal ein bisschen sortieren. Ja. Das ist besser. Ich guck mal ein bisschen. Einmal noch. Ja. Muss ich essen. 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 Trinken. Okay, drin habe ich nicht so viel. Okay, jetzt bin ich ruhig geworden. Verschieben. Essen. Jetzt sieht schon was größer aus. Oh, da ist ein riesen Haus. Was ist das? Ja, so eine Baustelle. Ja, klar. Aber vielleicht liegt hier irgendwas. Vielleicht haben die Bauarbeiter hier ein ganz Spaget hier liegen lassen. Schauen wir mal durch. Da. Das sieht doch aus. Gaskanister. Ach so. Dann kann ich damit wohl diesen kleinen Kochtopf benutzen. Na, Gas. Vielleicht ja an den Linkserbungser zum Essen machen. Okay. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. So. 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 Steine. Diese kommen hier oben. Steine. Oh was war das? Feuerliche Bauste. Das ist nicht. Was ist das? Weg. Ok. Da, Handschuhe, dass es mal kalt wird, nichts, so ein bisschen Ass, kommen wir mal weiter hoch. Oh Gott, nachher habe ich so voll lange hoch und dann finde ich absolut nichts. Ach du Scheiße, sind die größten die meiner? Ja, ne? Ja, die nehme ich natürlich nicht. Wie geht das denn? Oh oh, passiert nichts. Oh oh, jetzt ist meine Decken. Habe ich alles verloren oder was? Bitte nicht. Nein. Muss doch hier irgendwo sein. Ja super. Da habe ich einen dicken Rucksack und alles verloren. Ich dachte ich könnte das dann noch da raus tun. Ach, da ist er doch. Oh, ich habe schon mal schweigen gehabt. Okay, das hat sich auf jeden Fall gewöhnt hier oben. Oh, es kommt keine Waffe, aber einen richtig großen Rucksack. Den hatte ich vorher auch noch nicht. Ich brachte ihn vielleicht so an wie den, aber nichts riesiges wie das hier. Jetzt kann ich ja richtig filmen mit dem hier. Bin ich schon ganz unten? Schnau raus hier. Jetzt will ich aber in Richtung Stadt laufen.